Alle außenpolitischen Erreignisse und der Beginn aller Kriegshandlungen überraschten mich vollkommen. Unter keinen Umständen hätte ich mitgewirkt als deutscher Arbeiter und für deutsche Arbeiter und mitgeplant den Wahnsinn der Entfesselung eines Angriffskriegs heraufzubeschwören. Ich bin nur Nationalsozialist geworden, weil ich Klassenkampf, Enteignung, Bürgerkrieg verurteilte und an den absoluten Willen zum Frieden, zur Verständigung mit dem in meinem eigenen Aufgabengebiet immer alles daran gesetzt, weil ich Arbeiter war, Ausschreitungen, Willkür, Rohheit jeder Art zu verhindern. Ich war naiv genug gegen Himmler und Goebbels, mein Manifest und viele andere Anordnungen für den Arbeitseinsatz, die die humane und korrekte Behandlung der fremden Arbeiter allen Stellen zwingend vorschrieben durchzusetzen. Die Gauleiter, die ich zu Bevollmächtigten einsetzte für den Arbeitseinsatz, hatten nur die alleinige Aufgabe für die korrekte Versorgung und Behandlung der deutschen und der ausländischen Arbeiter zu sorgen. Gott schütze mein über alles geliebter Volk. Der Herrgott segne wieder die Arbeit deutscher Arbeiter, deren mein ganzes Leben und Streben gegolten hat und er schenke der Welt den Frieden. 2 bis zum daraus Land. Wahst, ребята.